hallo meine süßen herzlich willkommen auf meinem neuen youtube kanal meine kreative oase wo ich euch in zukunft tutorials videos zeigen werde rund um die malerei mit bleistift und buntstift wo wir auch mal demnächst live machen werden wo ich live mit euch male wo ihr natürlich auch jederzeit eure fragen stellen könnt zum materialien zur technik wie auch immer ich werde euch auch kleinere tutorials einstellen wie man was malen kann ich bin gleich vorab gesagt kein profi ja ich habe auch erst vor zweieinhalb drei monaten mit der malerei überhaupt angefangen vorher ihr werdet lachen konnte ich nur strichmännchen malen nachdem ich dann ein online mal kurs gemacht habe und irgendwie einfach nichts angesetzt habe einfach mal ein paar porträts zu malen ja habe ich meine leidenschaft fürs malen entdeckt und möchte diese leidenschaft gerne mit euch teilen ja ich werde auch mal verschiedentliche stifte mit euch testen wenn ihr da irgendwie anregungen habt könnt ihr das auch gerne mal mir mitteilen ihr könnt natürlich unter jedem video gerne auch in den kommentaren eure fragen hinterlassen die ich auf die ich dann gerne natürlich auch eingehen werde und in den lives natürlich dann sowieso dann habe ich noch ein zweites handy nebenbei laufen wo ich dann eure fragen lesen kann oder eure kommentare lesen kann heute möchte ich aber erst mal dazu kommen euch ein bisschen zu den grundmaterialien die man für die bleistift und kohle zeichnungen benötigt oder haben sollte die euch mal zu zeigen ich habe hier schon mein kleines skizzenbuch parat liegen ich hoffe ihr seht das alle ganz gut und natürlich meine mal mappe für bleistift zeichnungen und auch noch ein paar andere sachen die ich so noch brauche und die werde ich euch jetzt hier erst mal zeigen ich hoffe das licht ist hell genug dass ihr alles sehen könnt ja das sieht ganz gut aus ich muss mir hier aber glaube ich noch mal ein helleres licht organisieren aber ich denke jetzt so fürs material zeigen reicht uns das heute wir fangen mal an mit den verschiedenlichen bleistiften die wir benötigen von hart bis ganz weich ja harter bleistift extrem leicht zu malen also sehr hell je weicher der stift wird desto dunkler malt ein bleistift ja wir haben ja von h über hb bis b alle möglichen stärken bei bleistiften und da fangen wir jetzt mal an mit dem 2 h bleistift ja der sieht wo seid ihr denn da so in der kamera von der spitze aus ich spitz meine mal relativ spitz an weil ich dann einfach viel feiner malen kann ich hoffe ihr seht das jetzt ich gehe jetzt mal ganz leicht hier über den skipsen block und ihr seht das ist wirklich ein ganz ganz heller stift herum also wirklich sehr hell mit schraffieren kann wenn ihr natürlich etwas intensiver aufdrückt dann seht ihr gleich dann ist es hier auch gleich etwas dunkler aber natürlich noch nicht richtig schwarz oder so dafür nimmt man dann später die kohle stifter so das ist also jetzt erstmal der 2 h stift damit male ich auch gerne schon mal vor oder skizziere damit was wobei ich dafür am liebsten sogar ein druck bleistift nehmen zu dem kommen wir später noch dann haben wir den 4 h bleistift der sieht von der spitze so aus und der malt dann wie ihr seht schon etwas dunkler wenn ich leicht aufdrücke und wenn ich dann fester aufdrücke seht ihr auch gleich der ist schon etwas dunkler wie der 2 h das ist der 4 h bleistift als nächstes haben wir dann den nächsten stift das ist dieser hier das ist der h b bleistift der sieht so aus wenn wir damit leicht aufdrücken und fester aufdrücken sehen wir auch da direkten unterschied zum 2 h und 4 h das ist der h b bleistift ja also schon dunkler kann man also schon wieder ganz dunkler schraffierungen malen als mit den anderen dann haben wir den 2 b stift da seht ihr schon die mine das ist ganz anders schon wieder wie bei dem 2 h 4 h und h b wenn wir damit leicht aufdrücken seht ihr ist der schon viel viel dunkler als die anderen drei wenn wir damit feste aufdrücken kommen wir schon fast ins schwarz was heißt schwarz schwarz kriegen und mit dem bleichstift eher nicht hin arbeiten grafit ist die sind ja eher gräulich dafür müsste man dann eher jetzt mit einer kohle arbeiten aber da kommen wir gleich zu also das ist der 2 b dann haben wir als nächstes den 6 b auch da seht ihr die spitze schon viel dicker und dementsprechend auch weicher man sieht schon hier auf der haut kann man damit schon malen was wir mit einem 2 h zum beispiel nicht könnten hier leicht mit aufdrücken seht ihr schon auch hier ein unterschied zu den anderen bleistiften also damit kann man jetzt zum beispiel wirklich schon am auge sehr gut schraffieren und dort schatten hin zu projizieren oder am nasenflügel bei einem porträt um den mund herum eine lippe um die dunklen stellen in einer lippe hervorzuheben das ist der 6b und dann kommen wir zum nächst weicheren das ist so der letzte weichere die nicht benutze das ist der 12 b seht ihr auch schon der hat schon fast so eine kohlespitze und wenn wir mit dem ganz leicht aufdrücken seht ihr auch hier sind wir schon ziemlich ziemlich dunkel wenn wir damit feste aufdrücken kommen wir schon im kohlestift sehr sehr nahe also damit können wir noch dunklere schattierungen machen als mit dem 6b und jetzt kommen wir mal zu dem kohle grafit stift das ist ein 3b der sieht so aus und damit können wir natürlich schon sehr sehr dunkel malen beim leichten aufdruck seht ihr wie dunkel wir es schon sind und wenn wir hier richtig feste aufdrücken kommen wir also wirklich ins schwarz hinein ja das ist ein kohlestift kann man auch nicht so gut mit schreiben außer man schreibt direkt mit der stift spitze in 3b den nutze ich eigentlich für augen für pupillen für die ganz dunklen stellen im mund ja oder wenn ich jetzt die nasenlöcher in einem porträt male mal ich das meistens mit einem kohlestift vorzeichnen tue ich eigentlich ganz gern mit dem faber castell grip matic in 0,7 das ist ein druck bleistift ja der hat eine ganz ganz feine mine damit kann man wirklich ganz feine linien da mache ich auch gerne wenn jetzt bleistift zeichnungen macht haare mit ja weil ich hier wirklich sehr sehr präzise und wenn ich ihn drehe auch dunkler malen kann damit gehe ich hin oder wenn ich jetzt zum beispiel ich mache es jetzt mal freihand ich bin nicht so der freihand zeichner muss ich dazu sagen oder komme ich gleich noch mal später zu aber wenn ich jetzt zum beispiel ein auge vorzeichnen mache ich das immer ganz gerne mit dem lichtreflexe rein arbeiten so da mache ich das immer ganz gern mit dem druck bleistift hat eigentlich nur den effekt weil ich den am besten als hilfslinie hinterher weg radieren kann was ich jetzt mit so einem b oder hb bleistift nicht so gut kann die druck bleistifte lassen sich besser finde ich mit einem netrad guiergummi hinterher weg radieren bevor ich dann ausarbeitet wobei ich das eigentlich nur mache das weg radieren wenn ich jetzt mit buntstiften arbeite wenn ich jetzt mit bleistift arbeite brauche ich sie nicht mehr radieren weil ich ja dann sowieso in grau und schwarztönen arbeiten dann sieht man es nicht aber wenn ich jetzt zum beispiel hier mit einem buntstift malen würde würde man immer die bleistift linien sehen und dann gehe ich hier mit von faber castell mit dem netradiergummi die mag ich am liebsten die in den schachteln von faber castell und dann gehe ich ganz leicht über das papier jetzt sieht so aus als ob es weg ist es ist aber nicht weg weil ich euch das jetzt mal näher ran hole müsstet ihr es auch noch ganz wo ist es denn jetzt da also man sieht es noch ganz leicht seht ihr das ja also ganz leicht bleiben die linien aber sie sind so unsichtbar dass ich letztendlich mit einem bleichstück übermalen kann ohne dass man hinterher meine hilfslinie sieht also ich bin ein zeichner der sich grundsätzlich bei augen und nasen immer hilfslinien macht weil ich sonst die proportionen noch nicht so gut hinbekommen und da will ich auch gleich vorneweg sagen wenn ihr zeichnet macht euch ruhig hilfslinien ja ihr könnt auch zum beispiel da komme ich aber später noch mal zu einem video kleine ja also skipsen machen wenn ihr das nicht frei hand machen wollt könnt ihr es auch durch pausen das geht auch das mache ich mit einem leitpad das zeige ich euch später mal in einem anderen video ja also ich finde man darf sich ruhig hilfslinien machen um vielleicht noch erstmal die proportionen korrekt hinzubekommen und später dann frei hand zu zeichnen ja also es ist nicht verwerflich sich hilfslinien zu machen oder es ist auch nicht verwerflich am anfang vielleicht die proportionen abzupausen damit es einfach von den proportionen passt und dann letztendlich in der malerei sein eigenes ding da rein zu geben was auch ganz wichtig ist finde ich immer ist eine stifter halterung und zwar sieht die wie folgt aus ich zeige sie euch mal eben schnell was ist so etwas das benutzt ihr im grunde genommen für ganz kurze stifter wenn er schon viel viel gemalt habt werden die ja nun mal mit der zeit kürzer dann macht ihr euch in die stifter halterung euren kleinen stift rein und könnt ihn somit viel viel länger benutzen manchmal nämlich auch jetzt schon weil ich dann einfach einen anderen druck habe ja wenn ich mit einer stifter verlängerung arbeite habe ich einen leichteren druck als wenn ich zum beispiel direkt mit dem stift in der hand male das muss aber jeder für sich selber herausfinden ja ob er mit der stifter halterung erst arbeitet wenn der stift zu kurz geworden ist oder eben halt um einfach den stift zu verlängern und einen anderen schwung beim malen zu bekommen auch immer ganz wichtig sich der auch in jedem handelsüblichen bastelgeschäft zu kaufen die dinge und finde ich auch ganz ganz wichtig muss man einfach haben was man auch natürlich haben muss ist wie gesagt das knetradiergummi was ich euch gerade gesagt habe dann vielleicht noch normalen radiergummi wobei ich den eher selten benutze ich arbeite eigentlich fast nur noch mit dem knetradiergummi oder mit so einem radierstift den habe ich jetzt bei meinem mahlset dabei gehabt wo ich den mahlkurs gemacht habe den gibt es aber auch von der firma tombo zum beispiel ja da könnt ihr dann ganz feine radierungen mit vornehmen zum beispiel wenn ihr jetzt sagt ich will jetzt zum beispiel ins haar hellere stellen radieren seht ihr hier bei den b stiften ist es schon fast nicht mehr machbar aber zum beispiel bei einem haarstift könnt ihr dann zum beispiel feine linien da reinziehen mit einem radierer um einfach ja noch highlights zu setzen in der bleichstift zeichnung oder ihr könnt auch ganz einfach damit wegradieren wobei das eigentlich nur bei den helleren stiften geht also bei den haastiften bei den b stiften wird es dann schon schwierig da muss man schon wirklich extrem aufdrücken wie ihr seht um das dann weg zu radieren und es geht nicht makellos weg weil sie einfach dafür viel zu weit und intensiv sind was noch ganz wichtig ist ist auf jeden fall wischt werkzeug da habe ich verschiedentliche die ich benutze ich versuche ganz oft mit pinseln das werde ich euch auch in der praxis zeigen oder ich gehe zum beispiel wenn ich jetzt zum beispiel hier mit so einem kohlestift mir hier so ein stück papier ein bisschen abrieb mache ja auch den pinsel und dann kann ich im grunde ganz toll schattierung in meine bleichstift zeichnung geben ja das mache ich gerne um so nasen und augen zu schattieren das mache ich schon gar nicht mehr mit dem stift direkt auf dem papier sondern ich mache mir ein bisschen vom kohlestift abrieb auf ein extra stück papier und dann gehe ich mit meinem pinsel im grunde und setzt die schattierung ins gesicht finde ich sieht noch natürlicher aus als wenn man mit dem stift direkt im gesicht malt aber auch hier muss jeder für sich so ein bisschen sein favorite finden ja ihr könnt natürlich auch direkt auf dem papier oder in der malerei verwischen ihr seht ja wie sich das verändert und wenn ihr mit kohle arbeit dann bitte den pinsel zwischendurch säubern wenn ihr dann in hellere stellen geht ja könnt ihr natürlich auch mit einem pinsel direkt in der zeichnung verwischen zum beispiel die gesichtsrandlinien oder am auge entlang ja könnt ihr das schön mit einem pinsel verwischen also ganz wichtig einen schönen pinsel zu nehmen zum verwischen ebenso dass nämlich aber eigentlich nur wenn ich linien verwischen möchte diese wischwerkzeuge zeige ich euch jetzt mal anhand von dem kohlestift ich mache jetzt hier mal so ein ja schon fast zu intensiv so und dann gehe ich mit dem wischwerkzeug über die linie ich kann damit natürlich sehr präzise verwischen und je kleiner das wischwerkzeug ist desto präziser kann man natürlich verwischen seht ihr ich verwische es sieht nicht mehr so hart aus aber ich verwische halt nicht oberfläche also großflächig sondern wirklich nur rechts und links der linie die ich gezogen habe verwische ich das und bringe damit natürlich dann etwas weichheit in meine zeichnung hinein also die sollte man auch richtig auch in jedem handelsüblichen bastelgeschäft womit man auch sehr sehr schön verwischen kann ist ich mache es jetzt jemand mit dem kohlestift mit einem ganz normalen wattestädchen könnt ihr auch wunderbar verwischen also wenn man jetzt noch am anfang ist und noch gar nicht so viel werkzeug hat vielleicht nur sich ein paar bleistifte geholt hat man kann auch mit nur einem bleistift malen da muss man dementsprechend mehr aufdrücken oder weniger aufdrücken und im koh tipp könnt ihr auch wunderbar verwischen nehme ich unheimlich gerne wenn ich lippen verwischen will dann nehme ich gerne nämlich auch im koh tipp oder was ihr auch könnt ist ganz einfach hat auch fast jeder eigentlich im haus ein handelsübliches wattepad knüttelt euch dazu ein bisschen zurecht und geht einfach über eure linie ist natürlich dann wieder etwas großflächiger und wenn er das auch nicht im haus habt könnt ihr auch rein theoretisch ganz normales toilettenpapier oder tempotuschentuch nehmen küchenrolle würde ich nicht unbedingt probieren die erfahrung habe ich gemacht dann habe ich leichte weil küchenpapier ist halt nicht so weich also ist schon ziemlich gut hat mir jetzt persönlich nicht so gut gefallen was auch wichtig ist ist ein cutter messer damit spitze ich zum beispiel meine harten bleistifte an ja da gehe ich also dann hin und kater mir dann die spitze schön flach raus und wenn ihr das macht mit dem cutter messer dann solltet ihr euch auch so einen schleifblock holen denn damit könnt ihr wunderbar euch eine super mega schöne spitze fallen ja dann habt ihr wirklich eine ganz ganz feine spitze an eurem bleistift mit der ihr dann wieder super malen könnt ja da könnt ihr dann wieder ganz ganz fein eure linien ziehen zum beispiel wenn man haare macht mit einem zwei haarstift zum beispiel dann spitze euch den ganz ganz spitz an und dann könnt ihr wunderbar keine linien ziehen oder zum beispiel wenn man feld malt obwohl ich für feld immer lieber buntstift nehmen weil ich da einfach mit verschiedenen farbtönen arbeiten kann aber dazu kommen wir später auf jeden fall noch dazu so was dann auch noch wichtig ist kann man hier so ein radierstift nehmen das ist jetzt einer von farber castell damit kann man zum beispiel dann auch wenn man jetzt zum beispiel hier startiert hat ja und man will dann noch ja gut bei dem ganz schwarzen geht es nicht da ist es schon fast zu schwarz aber jetzt beispiel bei den helleren könnt ihr zum beispiel dann auch mit so einem radierstift und farber castell ja euch da wieder linien rein radieren ja also sogenannte highlights oder zum beispiel auch in der pupille ja wenn man da dann das so lichtpunkt hat und man hat da vorher verwischt die pupille dann kann man das damit auch wieder punktuell schön ausradieren um die pfille wieder schön den lichtpunkt in der pupille oder im auge wieder schön hell zu bekommen apropos highlight setzen oder pupille wieder hell zu bekommen da könnt ihr auch wunderbar so ein geliner für nehmen ich habe jetzt hier den uniball von sinio pro sinio broad in weiß das ist so ein geliner damit könnt ihr natürlich auch wunderbar dann highlights setzen weil der schön weiß ist wenn ihr jetzt zum beispiel im augen lichtreflex setzen wollt oder unterm auge manchmal so im augenlid hat man ja dann auch so eine helle stelle die man irgendwo markant hervorheben will dafür eignet sich wunderbar dieser pigment eyeliner pigment eyeliner pigment liner ja der geliner um das zu machen bzw wenn jetzt zum beispiel in schwarz weiß auch ein tier mal wer oft ist ja auch den tiernäschen vorne so weiße reflex punkte die kann man natürlich wunderbar hier mit so einem geliner ja also wenn das jetzt zum beispiel die nase wäre dann könnt ihr also hier mit dem geliner weiße punkte auf die nase setzen und ich gehe dann immerhin und tupfe so ein bisschen mit finger drauf damit es nicht zu weiß wird ja und damit kann man dann im grunde auch wunderschöne highlights setzen auch in die haare aber da bitte vorsichtig weil wenn zu viel dann sieht es wieder unnatürlich aus viele nutzen auch weiße kreide gerade für die haare ich selber mag es nicht weil ich es zu unpräzise finde aber gut bei haaren geht es ganz gut da kann man damit auch ein paar highlights reinsetzen wobei es bei einer kohle schon wieder schwierig wird ja oder wenn ihr jetzt sagt ich bin irgendwo zu dunkel geworden und ihr wollt es heller haben dann könntet ihr natürlich mit so einer kreide in der parzellkreide das ein bisschen aufhellen ja das geht also auch ja so habe ich noch irgendwo ach so papier natürlich braucht ihr auch papier zum zeichnen also ich nehme für meine schwarz-weiß malerei eigentlich immer ganz gerne entweder ein skizzenblock oder ein aquarellpapier aquarellpapier ist halt etwas gröber von der struktur ich habe jetzt hier zum beispiel ein skizzenblock da haben wir noch ein bild drin wo ich gerade dran mal da kommen wir später zu das ist das original und da bin ich jetzt gerade so das erste mal ein porträt in buntstiften anmalen da kommen aber später noch mal zu das zeige ich euch mal in einem extra video das ist jetzt so ein skizzenblock der hat 190 gramm dickes papier also ziemlich stabil aber von der oberfläche ziemlich glatt was für eine buntstift malerei ganz schön ist wenn ich jetzt zum beispiel aber viel mit weiß malen muss dann das ist übrigens mein leitpad da kommen wir auch später noch mal zu ihr könnt natürlich auch normalen zeichenblock nehmen ich finde halt blöd weil man nicht so gut schichten kann ja da habe ich dann mal was gemalt hat ist aber die hohe gegangen also auch mir passieren missgeschicke immer noch ich nehme mal ganz gerne sonst der ist etwas gröber aber auf dem kann man ganz gut malen der 135 gramm pro quadratmeter oder ich nutze wenn ich jetzt viel mit weiß male gerne von kraft den braunen block ja weil ihr seht hier habe ich schon mal vorgezeichnet auf so einem braunen block sieht man natürlich besser die farben ja wenn ich jetzt zum beispiel hier ich mache es jetzt einfach mal mit rosa kommen die farben besser zur geltung wobei rosa und so kommt auch weiß sehr gut zur geltung wenn ich jetzt zum beispiel tiere mal nämlich lieber braunes papier weil ich da ja auch viel mit weiß malen muss und weiß sieht man eben auch weiß und papier so gut wie gar nicht ja wobei ich jetzt hier natürlich ein weiß stift bestens sehe und wenn jetzt zum beispiel dann so tierhaare malen muss na seht ihr das natürlich hier viel viel besser und ich kann natürlich jetzt hier auch zum beispiel mit weiß noch aufhören wenn ich jetzt sagt das ist mir zu rosa geworden dann gehe ich mit weiß drüber und hell mir das noch ein bisserl damit auf wichtig ist gerade bei buntstift da kommen wir beim extra video noch mal zu ist es lehren also sprich farbschichten übereinander zu setzen und bei bleistift ja lehren wir so gesehen auch wir setzen ja auch verschiedene schichten übereinander ich habe jetzt hier mit bleistift noch gar nicht so drauf gemalt sehe ich wirklich nur mit buntstift aber ihr seht natürlich dass das auf einem weißen papier weniger zur geltung käme kann ich euch ja mal zeigen jetzt aber das weiße papier nehmen natürlich kommen farben auf weißem papier immer gut ist klar hier kann man natürlich mal ist überhaupt kein problem wenn wir jetzt aber zum beispiel dann sagen ich will noch mit weiß da rein setzen so haben wir verloren bei weiß sehen wir hier kein weiß seht ihr das so also dunkles papier braunes papier benutzen da gibt es verschiedene sorten ich habe jetzt wie gesagt das bei uns im ort im bastelgeschäft geholt will aber demnächst auch noch mal anderes in anderen online shops kaufen und einfach mal ausprobieren was so für mich am besten geeignet ist also das finde ich schon ganz gut da kann man eigentlich ganz gut drauf arbeiten das ist nicht ganz so dick man kann aber gut lehren drauf und man kann auch gut mit farbverdünner arbeiten gerade bei buntstiften wenn man tiere zeichnet ist eine farbverdünnung gut zu benutzen da habe ich jetzt zum beispiel bei der farbverdünnung aber das zeige ich euch dann noch in der praxis ja da habe ich jetzt diese hier von schminke geruchloses verdünnungsmittel und damit gehe ich dann über meine farben dann habe ich den effekt erst dass ich es verwischen kann und zweitens dass ich den effekt habe dass ich noch weitere schichten obendrauf arbeiten kann ja meine lieben ich hoffe ich konnte euch somit schon mal einen kleinen einblick in die ja grundmaterialien die man so benötigt zeigen ich hoffe es hat euch gefallen war hilfreich für euch wenn ihr wie gesagt fragen habt dann setzt sie bitte einfach unten in die kommentare dann werde ich euch die natürlich gerne beantworten ja ich setze euch unten in die infobox auch noch mal meine facebook seite rein und mein instagram account wenn ihr mögt dürft ihr mir auch da gerne folgen wie gesagt und den youtube kanal hier dürft ihr gerne abonnieren wenn ihr möchtet die benachrichtigung einschalten dann verpasst ihr auch kein video also benachrichtigung einschaltung macht ihr über die glocke wenn ihr abonniert habt daneben ist eine glocke und dann verpasst ihr auch keinen clip mehr von mir oder wenn ich live komme auch das verpasst verpasst ihr dann nicht ja meine lieben lasst mir gerne wenn ihr wollt ein live da wenn ihr leute kennt die auch gerne malen oder malen lernen wollen wie gesagt ich bin kein profi ja auch ich bin noch mehr oder weniger blutige anfänger obwohl ich mittlerweile sagen muss dass mir viele meiner bilder schon sehr sehr gut gefallen aber ich finde gerade vielleicht auch als anfänger so ein youtube kanal zu machen und auch gleich von anfänglichen missgeschickten die man hat oder fehlern die man gemacht hat kann ja auch jemand anders gerne noch mit lernen ich sag bis zum nächsten mal meine lieben eure evie bitte ich 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 Vielen Dank.